Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Jagd Hoverkiefer einzunehmen bei James Halloran im Sumpfland an dieser Stelle. Vor Quest war Quokilisken, Belgien. Und schauen wir mal, wo dieser Hoverkiefer ist. Der wird mir hier oben irgendwo angezeigt. Ah, ich habe eine Idee. Ich glaube, der ist in diesem See. Schaut mal, Tümpel, See, wie auch immer. Hier war auch die Map. Und Attacke. Ich zieh mal das Bett ein bisschen zurück, damit er an Land kommt und ich nicht schwimmen muss. So. Denn wir müssen ihn danach looten. Und looten. Da war die Haut. Oh, noch ein anderer Kukiliskredet. Egal. Und ab geht es zum Abgeben. Quest ist abzugeben bei James Halloran im Sumpfland an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.